Viele schwere Unfälle passieren bei Dunkelheit. Mit dem adaptiven Fahrlichtsystem LED wird Ihre Fahrt bei Nacht sicherer als zuvor. Denn die Scheinwerfer leuchten jede Straße optimal aus und verbessern so die Sicht. Sie sind 30 Prozent heller als Halogenlichter und sorgen für mehr Reaktionszeit. Auch überragend, das System passt sich immer automatisch Ihrer Geschwindigkeit und Umgebung an. Wird erkannt, dass Sie innerorts fahren, wird das breiter gestreute Stadtlicht aktiviert, mit dem Sie Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer noch schneller erkennen. Rundum sicher. Sobald Sie den Blinker setzen, schaltet sich ein Licht hinzu und sorgt für ein größeres Sichtfeld beim Abbiegen. Wird eine Kurve durch den Lenkradeinschlag erkannt, leuchtet ebenfalls ein zusätzliches Licht auf. Immer flexibel. Registriert Ihr Fahrzeug, dass Sie sich außerorts befinden, wird das blendfreie Landstraßenlicht aktiviert, durch das Sie Gefahren schon aus weiter Entfernung erkennen. Äußerst weitsichtig, bei freier Fahrbahn schaltet sich automatisch das Fernlicht ein. Werden andere Fahrzeuge erkannt, blendet das Lichtsystem automatisch ab. Ist die Straße wieder frei, haben Sie direkt Fernlichtsicht. Beim Intellilux LED-Matrix-Lichtsystem werden sogar Teilbereiche abgeblendet, wenn Autos im Lichtkickel erscheinen. Schnell geschaltet. Sobald Sie auf der Autobahn mit konstanter Geschwindigkeit fahren, erhöht das System die Reichweite und Leuchtkraft Ihrer Scheinwerfer. Auch beim Einparken im Dunkeln behalten Sie alles im Blick, denn es schaltet sich an allen Seiten automatisch ein Licht hinzu, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen. Das adaptive Fahrlichtsystem LED zeigt jede Straße im richtigen Licht. ... ... ... Vielen Dank.